Ich hätte ja beim letzten Mal gesagt, wir gucken uns beim nächsten Mal ein bisschen näher das Museum an. Das hat ja neu geöffnet. Du wurdest frittiert. Okay. Okay. Eine Bombe rein? Okay. Als nächstes müsste der als Boss dran sein. Danach kommt glaube ich der hier. Da müsste die Kuh dran sein. Der, der Farmer, kommt ja als letztes. Und hier was man machen kann. Oh, da muss eine Minse. Nice. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nehme ich jetzt einfach mal an. Es ist nichts mehr wirklich. Steal and sell. Töte die Seuche tot. Murder Dead. Murder heißt ja jemanden umbringen. Er morde ist tot. Ich meine, wenn du jemanden ermordest. Ein Mord ist ja nur, wenn du jemanden tötest. Wie sollst du... Hä? Kannst du auch jemanden nicht tot morden? Aber wenn du ihn nicht tot mordest, dann ist es ja nur ein Mordversuch und kein richtiger Mord. Schon ein bisschen komisch. Hier machen wir mal zur Arbeit. Wie geht's? noch eine davon hinstellen zwei, eins, zwei ich habe bis jetzt immer nur vier gemacht, dann könnte wir auch eigentlich noch mehr machen, oder? dann nehmen wir zwei davon, zwei davon ein Das war's für heute. Apprecie it! Have a happy humble day! What do you think are you guys? How you doing? What is it? What do you think? You think we have to find out what the channel is... We have to figure out what the channel is... Happy dog! Ein Schenk. Oh, ohne Tomaten. Das stimmt. Cookie Fries. Oh, meine Fresse. 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 Ich glaube nicht, wie wir zu den anderen Bossen kommen. Ich weiß nicht, vielleicht noch mal so ein bisschen durch die Gegend gucken. Vielleicht auch irgendwo dieses Rezept für die Bombe kaufen oder so. Ist vielleicht möglich. Schmittelschipp, Kammerbau, Kamera mit Druck, Base, Schmittelschipp, Schmittelschipp, Nö, nicht wirklich, ne. Ist vielleicht auch andere Möglichkeiten? wo ich das... Es gibt einmal im Museum etwas, was man wegbomben kann. Und... im Restaurant hinten, wo man halt... das Fleisch rausholt. Da gibt es auch eine Möglichkeit, was wegzubomben. Was haben wir hier? Schlafdrücken. Sie schlafen. Sneakerchen. Komm, dann geh zurück. Bitte immer nur eine Dosis auf einmal nehmen. Ah, hier hinten könnte man auch freuen. Was brauchen wir da für Batterie, Kleber und diesen Transmitter-Ding, ne? Batterie... ... 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 Ich glaube, den Kleber, den kriegen wir dann zu Hause. Dann will ich auf jeden Fall mal gucken, was da hinten drin ist. ... ... ... ... ... ... ... es geht noch mal kurz den kleber kaufen denn wieder zurück zu dieser Apotheke was das da immer sein soll ich glaube das soll eine Apotheke sein aber eine Apotheke die nur Schlaftabletten verkauft okay da 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 du rupier es ist die scheiß Tür zu klopfen wo du rein willst Das war's. Einmal klebschlapp habe ich da noch? Wusste ich gar nicht, dass ich noch einmal klebschlapp habe. Ja, DOKO finde ich auch. Pizza. Ist das vorher schon da? Es ist mir aufgefallen, dass immer eine Person von da nach da läuft, sobald ich da rauskomme. Immer eine Person hier läuft. Immer. Jedes Mal, wenn ich das Haus verlasse. Was ist das hier eigentlich? Kann ich da rein? Was ist mit dem Türriegel? Bist du witzig? Es gibt keine Möglichkeit. Es gibt keine Möglichkeit. So, ich habe doch gedrückt. Ich habe gedrückt. Ich kaufe nochmal die Sachen und dann... Ich mache den Karten. So, ich bin wieder hier. Äh, nein. Das da bitte. Warte, Ficky. Warte, Ficky. Ah. Da ist so ein Upgrade drin. Kann man das öffnen? Kann man nicht öffnen? Okay. Cool, also weiß ich jetzt, dass da ein Upgrade drin war. Wo war hier die Bahn? Die Bahn? Hier hinten. Hier hinten. Ja, wo, noch was zu machen? Oh, wow. 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 Wow. Ok, da gab es sogar noch eine Batterie so gesehen umsonst. Cool. Hört doch hier zwischendurch auch diese Rauschen und sonst irgendwie, ne? Ich denke mir immer, dass das vielleicht irgendwas ist. Ich will nur mal hier auf der Bauschwelle nachgucken. Weil ich war ja vorher eigentlich nur innen drinnen gewesen. Ich will nur mal hier auf der Bauschwelle nachgucken. Und diese Burger-Upgrades, die bringen halt schon was, ne? Wenn man die halt alle findet. Ich glaube, innen drinnen habe ich ja eigentlich schon alles nachgeguckt. Oh, okay. Ich will nur mal hier auf der Bauschwelle nachgucken. Ich will nur mal hier auf der Bauschwelle nachgucken. Ich möchte es nicht so gut gehen. Ich bin nur noch ein paar Einnahmen aus. Ich weiß, wie es wirklich anders ist. Ich weiß, dass sie eine Art von der Bauschwelle nachgucken in der Bauschwelle nachgucken. Ich weiß nicht, dass sie eine Art von der Bauschwelle nachgucken. Ich weiß nicht, dass sie eine Art von der Bauschwelle nachgucken. Ich wollte nochmal ausprobieren, ob das eventuell funktionieren würde. Dass wenn ich da hochjumpe, dass ich da reinkomme irgendwie. Aber sonst gab es hier keine Geschäfte oder sonst wo man was machen konnte, oder? Ich bin mir zumindest wirklich sicher. Ich glaube zumindest nicht. Aber wir können jetzt auf jeden Fall noch zwei Upgrades holen. Wir haben einmal die Münze aus dem Museum, wir haben jetzt die Münze aus der Apotheke. Ich frage mich, wo ich halt dieses Rezept kriege für die Bombe. Das würde mich halt echt interessieren. Andern Weg. I have spent a considerable amount of time in the simulation. With my cognition fully intact, I was able to observe test subjects of CLIS and really study the effects of this behavioral modification technology. The results are troubling, to say the least. The same trauma is present in test subjects across every simulation. We aren't producing subservient workers. We're replicating trauma. Okay. 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 Dafür bräuchten wir Don't open, sleep inside Hm Die Tür ist offen Aber die nicht Dann würde ich sagen hole ich jetzt nochmal einen Transmitter Nochmal einen Kleber Und dann öffnen wir die andere Tür Boah, der Player spinnt, ich hasse das, ne Dann holen wir auf jeden Fall, also machen wir auf jeden Fall da hinten die Tür nochmal auf Aber, ähm, ich mache hier kurz einen Cut Da mal eins Also ich frage warum ich so wenig Kohle habe, ich habe mir noch eine Kamera besorgt Weil man muss Fotos machen für eine bestimmte Trophäe Wollen wir nochmal Und dann wird es eher auf jeden Fall Ja, das ist oft Ich kann mich nicht mehr so wenigstens Binnen und in ein paar Jahren Und dann etwas auch Ich kann mich nicht mehr auf jeden Fall Ich kann mich nicht mehr an den Tag Hallo, mein Name ist Theodor Oliver Emerson, aber meine Familie mich Theo und meine Freunde, sie alle mich To. Ich wollte das Nächte nachdem, und ich habe es geschafft, wenn ich hier bin. Aber jetzt, jetzt würde ich nichts sagen, dass sie mich To one letzte Mal sehen. Okay. Hmm, da ist nur ein Upgrade drin. Okay. Okay. . ...einemcies, hate als... ...heh-heh-heh-heh-heh... ...so weh-heh-heh... ...hani, harin geduld... ...wishwinnetsan, tustwudema... ...dola fusaulam, halahabra... ...eh, nischeuura, ohli... Kann man hier rein? Ich dachte, vielleicht kann man da reinspringen, oder so? Das scheint wohl ein richtiger Freak zu sein, was das angeht. Okay, krass. Das heißt, wir haben insgesamt jetzt das Museum, die Apotheke, bei ihm drin, insgesamt drei Upgrades zugesehen. Das ist doch schon mal nice. Das wird die Arbeit um einiges erleichtern. Hat sich hier irgendwie groß was verändert inzwischen, nachdem wir... Das kannst du auch mal sauber machen, Junge. Ja. Ja. Ja.